Ähm, und zwar werden wir die Pausmusik selber übernehmen, exklusiv hier in Halle. Das geht so, Achtung! Hat man gar nicht angefangen. Moment. Jetzt. Ähm, seid ihr bereit? Ja! Geht ab wie die Drecksau, ne? Geht ab wie die Drecksau. Geht mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du willst. Ist aber geil von Null auf Wunder. So, wir haben das jetzt nochmal angeteast, wie man sagt, angeteast, um zu sehen, wo hier die Affinitäten im Publikum sind. Wer hört gerne solche Musik, wo es ein bisschen moderner zugeht, wo der Rhythmus so richtig knallt, wo das Frühstück wieder nach oben gewirkt wird. Na? Na, 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 na? Für euch machen wir jetzt ein paar Welt-Tits, A Cappella. Das heißt, ihr solltet uns dabei unterstützen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn ihr die Songs erkennt, reißt ihr die Arme nach oben, ganz kurzer Test. Hände hoch! Die Auer zu langsam, das muss schneller gehen. Wir machen die ja ganz kurz, wenn ihr so lange braucht, ist das Sonntag schon vorbei. Hände hoch! Runter! Hoch! Runter! Ja, das wird, das wird, das wird. Auch die Leute haben keine Cookie-Bude. Ihr seid da mit, ihr müsst da auch mit. Ja, auch bitte, gerade die, die hier an den Ständen, ihr habt das ganze Woche nur gefressen, ihr müsstet eigentlich Power haben. Also bitte nochmal, Hände hoch! Runter! Gut, wenn ihr die Songs erkennt, also wie gesagt, Hände hoch und dann schön lauf mitsingen, mal ganz kurz alle einsingen. Bist du hoch? Gebt uns ein Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Und dann können wir doch anfangen.